Was ich damit noch vorhabe, werde ich euch noch nicht in diesem Video verraten, sondern erst im nächsten Video. Hallo deri und grüß euch zurück hier auf meinem Kanal, dem Kanal vom Bewerden Vinyl Nerd. Ja, wieder sind wir im Bastelkeller zusammen und wieder starte ich ein neues Projekt dieses Jahr. Ja, eins meiner größten Projekte bis jetzt hier auf meinem Kanal und ich will euch nicht so lange auf die Folter spannen. Es geht um dieses tolle Gerät, das sich da unter dieser Staubschutzhaube befindet. Und zwar geht es um einen Dual CS130 bzw. er heißt eigentlich Dual ASP130. Und zwar ist es ein Lattenspieler, der verbaut wurde in solchen Türmen, wie jetzt hier dem Rosita-Turm, da wo auch diese Sony Stereoanlage drin verbaut war, die ich für euch wieder auf dem Kanal hergerichtet habe. Ihr könnt es da oben im Eck, da in irgendeiner Ecke, könnt ihr euch mal kurz noch einmal anschauen, das Video. Und diese Geräte wurden wie gesagt in solchen Stereo-Türmen verbaut oder in Musik-Truhen oder Musik-Schränken in den 60er, 70er Jahren. Ich blende euch mal kurz ein paar Bilder ein von solchen Geräten oder von solchen Schränken, wo das Teil verbaut wurde. Da waren meistens auch Radios verbaut und eben auch ein Plattenspieler und meistens eben genau dieses kleine feine Gerät. Und mit kleines, feines Gerät meine ich, dass das gar kein so schlechter Plattenspieler ist, wie es ihm immer nachgesagt wird. Nein, er ist nur in der Hinsicht schlecht, dass ein relativ schlechtes Tonsystem drauf verbaut war oder ist in dem Fall. Ansonsten ist er technisch eigentlich ein Pendant zu allen vollautomatischen Plattenspielern der 70er Jahre von Dual. Es ist ein riemengetriebener Plattenspieler, wie gesagt ein Vollautomat, allerdings mit einem kleinen bisschen Unterschied. Und zwar zeige ich euch das dann, wenn wir ihn ausgebaut haben. Was hat er noch Besonderes? Er hat ein Stroboskop-Licht schon drauf, also zum Checken, ob auch die Geschwindigkeit die richtige ist von der Schallplatte. Und er ist nicht in schwarz gehalten, so wie die meisten Plattenspieler von Dual zu der Zeit. Nein, er ist in einer, ja ich sage jetzt mal, beigen und silbernen Optik gehalten und eben nicht so wie jeder andere Plattenspieler in einem normalen Case verbaut, sondern eben ein ganz eigenständiger Plattenspieler, den man in andere Gehäuse einfach einsetzen kann. Einfach hört sich einfach an, ist es aber leider nicht, aber zu dem kommen wir dann später. Ich baue das Teil jetzt erstmal aus für euch und dann checkt man auf meiner Werkbank mal kurz durch. Also bis gleich. Ja, und um den Plattenspieler dann eben in dieses besagte Gehäuse wieder einbauen zu können, brauchen wir auch dieses Subchassi, das hier unten drunter verbaut ist. Das ist eben unten mit, ja so Klammern, ist das eigentlich nur festgemacht, das Ganze. Und die Klammern muss ich jetzt nur noch lösen, dann kann ich dieses Subchassi, dieses Subchassi hier aus diesem alten Stereoturm eben ausbauen und kann das dann später in mein neues Chassi, das ich da basteln möchte, wieder einbauen und befestigen. Und dann können wir auch diesen Plattenspieler eben mit diesen besagten Gummifüßen oder dann vielleicht auch mit gefederten Füßen, das weiß ich noch nicht genau, wieder einbauen. Und das machen wir jetzt auch mal kurz, ich baue jetzt dieses Subchassi für euch aus in der Nahaufnahme, dass ihr das auch mal mitkriegt, wie sowas funktioniert, beziehungsweise wie einfach das eigentlich geht. Ja, und jetzt haben wir hier die Kamera mal so positioniert, dass ihr das auch seht, das Ganze. Jetzt muss ich hinter der Kamera arbeiten und gleichzeitig vorne mit meiner Spitzzange hier diese Klammern gerade biegen. Ich hoffe, dass mir das jetzt auch so hinhaut, wie ich das vorhabe. Und wie man sieht, geht es doch nicht so einfach, wie ich gesagt habe. Da werden wir jetzt einen Schraubenzüger brauchen. Oh, der Schwede, wie hat mir die das festgemacht? Ich sehe da gar nichts. Ja, und wie man jetzt schon sieht, die Klammern gehen doch nicht so leicht raus, wie ich gedacht habe. Jetzt habe ich natürlich da das ganz grobe Werkzeug verwendet. Also, müssen wir so reinquetschen. Und habe jetzt da mal diese gute Rosita, diesen Stereoturm, mit dem Hammer einfach mal ein bisschen zerlegt, das Ganze. Und jetzt ist auch dieses Chassis fast frei, dass man jetzt das Teil da rausnehmen kann. Allerdings muss ich erst einmal die Werkbank ausräumen, weil sonst mache ich da nicht irgendwas kaputt da hinten. Jetzt wird es noch einmal grob. Jetzt klopfen wir da noch einmal kurz seitlich drauf, dass wir das komplett lösen können, das Teil da. Jetzt können wir das Teil ganz entspannt nach oben rausheben. Und wichtig ist, das Teil da oben drauf, das brauchen wir später noch. Ja, und jetzt sind wir wieder in der altgewohnten Kameraeinstellung. Und jetzt haben wir das Teil da hier endlich rausgebracht aus diesem Rosita Stereoturm. Und jetzt können wir uns dran machen, dass wir das komplette Teil da wieder rausprimeln oder herunterprimeln von dieser oberen Platte. Wie gesagt, das war jetzt nicht so einfach. Ich wollte jetzt hier die Klammern lösen, aber das ist alles rein genagelt, das Ganze, von dem guten Hersteller. Ich weiß jetzt nicht, wer genau diesen Rosita Stereoturm gebaut hat. Aber er hat sich da ganz viel Mühe gegeben, weil das sind eben solche Metallklammern oder fast schon Näge, wie man so schön sagt, die da verbaut sind. Und die müssen jetzt da erstmal raus, also erstmal gelockert werden. Und dann kann ich die mit der Zange rausziehen. Das mache ich jetzt einmal kurz freig, aber eben schnell durchgegangen. Das sind ewig lange Nägel, die da reingeschossen worden sind. Also die haben es da wirklich nicht untertrieben, das Ganze. Ja, ich mühe mich jetzt weiter ab. Bis gleich. So, nachgefühlt eine Million von diesen verdammten Nägeln da. Oder in Bayern sagt man, oh Hagel. Die haben es da nicht untertrieben, habe ich schon gesagt. Und ja, ich habe es endlich draußen, Gott sei Dank. Und jetzt kann ich dieses Teil ganz einfach oben rausheben. So einfach, wenn es vorher gegangen wäre. Was ich jetzt dabei beachten habe, ist natürlich, dass ich da ein bisschen vorsichtig handle, auch wenn es jetzt rabiat ausgeschaut hat mit dem Hammer und so weiter. Aber, dass man dieses alte Plastik, wo wahrscheinlich nicht mehr viel Weichmacher drin ist, nicht gänzlich zerstört. Aber, wir sehen, wir haben jetzt hier ein schönes Subchassis vor uns, das wir noch ein bisschen sauber machen müssen. Aber ansonsten ist ja das noch top in Schuss. Und hat eben diese Aufnahmen für diese Gummis, die ich euch gleich zeige, oder beziehungsweise für diese Lager von diesem Plattenspieler. Die brauchen wir eben später noch für das neue Gehäuse. Das legen wir jetzt mal zur Seite. Und dann sage ich euch noch kurz was zu diesen Teilen hier. Diese Leisten, die jetzt da hier verbaut sind, die brauche ich später auch wieder. Die baue ich dann noch jetzt in diesem Video nicht, aber die baue ich später dann noch runter. Die eine hat sich schon gelockert. Also, die ist auch mit festgenagelt gewesen. Deswegen sind da so lange Nägel drin. Die waren auf dieser oberen Platte festgenagelt. Diese Leisten brauchen wir später noch, dass wir das ganze Teil dann, oder dieses untere Gehäuse, wieder an dem neuen Gehäuse festmachen können. Wie gesagt, das machen wir später. Und was wir da auch brauchen, ist das Ding als Vorlage zum Fräsen. In dem neuen Gehäuse kommt natürlich auch ein neuer Deckel drauf, nicht dieser. Und da brauche ich das Teil natürlich als Vorlage, dass ich genau diese Form, die hier drauf ist, rausfräsen kann, damit auch der Plattenspieler dann später wieder hier so reinpasst. Genau wie er früher auch in diesem Gehäuse war. Dieses Dual 130 Automatik Belt Drive Schild da vorne, das mache ich noch ganz vorsichtig ab. Das kommt wieder auf das neue Gehäuse, inklusive einiger kleiner Gimmicks. Aber das kommt im Video, wo ich dann das Gehäuse baue. So, wir legen das mal zur Seite. Und dann nehmen wir uns mal den guten ASP 130 von Dual hier vor, den ich euch jetzt mal kurz vorstelle, was er denn so an Besonderheiten hat. Er ist ein ganz normaler Standard Automatik-Platten-Spieler von Dual, der, wie gesagt, in verschiedenen Gehäusen verbaut wurde damals. Das Schöne ist, wie gesagt, er ist äußerst mobil. Also man kann wirklich dieses Teil nehmen und gleich eine Schallplatte, wenn man möchte, abspielen. Er hat hier auf dieser linken Seite eine Umschaltung von 33 auf 45. Eben auch wieder geregelt über diesen typischen Umschalter von Dual, der auch in ganz, ganz vielen anderen Geräten verbaut wurde. So auch wie im 5053, den ich für euch schon auf dem Kanal hergekriegt habe, wie auf dem 605er und so weiter und so fort. Also diese Umschalter wurden immer wieder über die Jahre eingebaut in diese ganzen Automatik-Plattenspieler, beziehungsweise in die Plattenspieler. Dann haben wir hier den Start- und Stopp-Wählknopf, also dann eben, dass er automatisch startet und auch wieder automatisch stoppt. Er hat halt eine automatische Tonarm-Rückführung. Dann haben wir hier drüben unseren Tonarm. Und wie gesagt, er hat diese schöne, also für mich persönlich eine schöne Optik, eben mit diesem Silber und mit diesem Dunkelgrau. Oder Silber ist eigentlich schon fast so ein Beige-Ton, aber vielleicht liegt es ja am Dreck der Zeit, dass das schon so beige ist. Ich probiere das mal ein bisschen zum Saubermachen mit Isopropanol. Mal schauen, ob man da was machen kann. An einer Stelle immer so was, diese Reinigung immer probieren, an einer Stelle, die man nicht gleich sieht. Also am besten auf der Unterseite. Hier zum Beispiel kann man das probieren, ob das Isopropanol zum Beispiel das Plastik, dieses alte Plastik angreift. Sollte das der Fall sein, ein milderes Reinigungsmittel verwenden. Ich beginne wahrscheinlich erst mal mit einem normalen Glasreiniger, den ich da oben stehen habe. Oder eben mit meiner Tinktur, wo ich auch meine Vinylschallplatten sauber mache, meine Isopropanol-Destilliertes Wasser und Spüle-Mischung. Ja, Tonarm, wie gesagt, ist ein 3-Punkt-gelagerter Tonarm, standardmäßig von Dual, ist hier nichts großartig zum Verstellen. Will ich auch nicht, er soll einfach nur schön ausschauen und Platten gut abspielen. Das kann er auch. Er hat nämlich eine Anti-Sketting-Einstellung für eine sphärische und eine elliptische Nadel und hat hier hinten auch die Einstellung für den Tonabnehmer, für das Tonabnehmer-Gewicht. Das ist auch sehr toll, dass er das schon kann, der Kleine, weil es ja wirklich nicht groß ist, das Teil. Und auf diesem Tonarm kann man Gott sei Dank ganz normale oder auch aktuelle Tonsysteme verbauen, weil wir haben diese zwei Schraubenhalterung hier vorne. Was noch besonders ist, bei diesem Gerät waren noch die Anleitungen dabei und zwar eben von dem Tonabnehmer, das ist dieses DMS-238-Tonsystem. Eine Nachbaunadel möchte ich für dieses Tonsystem mir nicht mehr besorgen, weil ich werde hier drauf wahrscheinlich ein anderes Tonsystem montieren, das was genau für eins, das weiß ich jetzt noch nicht. Ob es jetzt ein Audio-Techniker wird, ein Orthophon, wann wird es sehen. Das entscheide ich dann kurzfristig, wenn der Platenspieler dann mal zusammengebaut ist wieder und von der Optik muss mich das dann überzeugen, dieses Tonsystem, was dann drauf kommt. Es wird auf alle Fälle ein MM-Tonsystem. Was er auch neu bekommt, das sind die Kabel und zwar das komplette Cinch-Anschlusskabel. Von hier drin schon angefangen am Anschluss bis raus. Da kommt ein höherwertigeres Kabel wird jetzt da verbaut. Das Tolle ist, bei diesem Platenspieler ist die Erdung zusammengeführt. Das heißt, er braucht keine eigene Erdung, weil er aus einem Komplettsystem stammt und in diesen Systemen war es eben so, da wurde der Platenspieler nicht geerdet, da kam die Erdung eben über diese Cinch-Anschlüsse, also braucht er auch keine separate Erdung. Den Riemen bekommt er neu, da habe ich schon einen neuen bestellt bei TAKA EU. Gibt es tatsächlich noch für diesen Platenspieler den neuen Riemen. Was er auch bekommt von mir ist natürlich eine Komplett-Schmierung, Ölung, aber hoffentlich nicht die letzte Ölung. Kommt komplett alles abgeschmiert, auch hier das Kurvenrad braucht neues Fett, also da ist nur das alte Fett drin, das klebt schon ziemlich stark. Motor sollte er nicht mehr richtig funktionieren nach einer gewissen Laufzeit, ist kein Problem, ich habe so einen SM-100 habe ich noch hier bei mir, den man auch wunderbar hier an dieses Netzteil anschließen kann. Und ja, er hat ein Netzteil dieser Plattenspieler. Da brauchen wir mal kurz ein Schraubenzieher und dann schrauben wir das Teil kurz auf, das dauert ja nicht lang. Das ist ja noch eine Schraube, dann kann man das Ding nach oben abnehmen. Ich muss noch aufpassen, weil das sitzt einfach da so drauf und ist nur mit einer Schraube gesichert. Also er hat ein normales Netzteil, der einzige Nachteil ist, er hat keinen direkten Anschluss jetzt für Strom. Weil die Stromstecker, die hier drin verbaut sind oder waren, sind baugleich mit den Stromsteckern von diesem guten Stück hier hinten, von dem 1237er, den ich in diesem Video für euch wieder aufgehübscht habe und in dieses tolle Holzgehäuse, alte Holzgehäuse verbaut habe. Da habe ich diese Stecker verwendet, beziehungsweise das Netzkabel verwendet und weil ich noch nicht wusste, was ich vorhabe mit diesem Plattenspieler. Hier bekommt ihr eben ein neues Netzkabel auch noch mit eben einem direkten Anschluss. Also ich nehme, ich habe von einem alten Netzteil noch diese Klammern hier, die man da so draufsteppt. Die werden auf dem Kabel draufgelötet und sauber isoliert und dann kommt es da rein oder da drauf und dann hat man hier einen sauberen Stromanschluss. Was er auch bekommt, er bekommt von mir eins, zwei, drei neue Kondensatoren, also meine diese berühmten Knallfrösche, die man so schön sagt, weil er beim Ein- und Ausschalten, ich habe mir wie gesagt, gehst du wieder weg, ich habe mir wie gesagt schon getestet, nein, nicht wie gesagt, ich habe ihn schon getestet im Vorfeld und er macht natürlich diese typischen Knacksgeräusche beim Ein- und Ausschalten und das mündet natürlich von diesen drei Kondensatoren, die da schon ewig lange drin sind und eins, zwei, der der große und der ganz der kleine Kondensator, die sind mittlerweile auch schon wieder aufgeplatzt und der mittlere sehe ich gerade in dem Moment hatte ich auch schon Risse, also werden wir das ganze Teil ausbauen, neue Kondensatoren drauf und dann flutscht dieses Teil wieder wunderbar, was auch kommen wird, ich werde das Lager von diesem Plattenspieler, dieses Tellerlager auch ausbauen und neu Ölen, also sauber machen mit dieser Propanol komplett fettfrei und neue Ölen, dass sich das Lager wieder sauber dreht. Er bekommt im Prinzip eine Komplettüberholung, damit ich ihn in ein Gehäuse einbauen kann, das ich mir selbst machen werde. Da seid auch live dabei und deswegen habe ich am Anfang des Videos gesagt, das wird mein größtes Projekt dieses Jahr, weil ich das komplette Gehäuse selbst bauen werde. Ich habe mir schon einiges an Holz zusammengesammelt, zusammengekauft, war jetzt nicht das billigste, leider Gottes, dank ich weiß nicht was, auf alle Fälle ist Holz momentan sehr teuer und ich habe das zusammengekauft bei Ibe Kleinanzeigen und jetzt habe ich das Holz soweit hier und mit dem werden wir ein neues Gehäuse basteln hier für diesen schönen noch nicht so schönen aber dann hoffentlich schönen Plattenspieler ganz kurz zum Schluss er hat auch passend zu der ganzen Optik von diesem Plattenspieler mit diesem Grau und diesem Silber hat er auch natürlich den Plattenteller auch in dieser Optik auch in diesem gräulichen Ton und auch hier das Grau an der Seite wo diese Vierecke sind für die Pitch Control und hat auch die Original Gummimatte noch dabei die ist noch sehr weich also das ist natürlich toll weil dann kann man die natürlich auch wieder hier schön auf bauen was noch toll ist ganz zum Schluss jetzt dass das Video nicht wieder zu lange wird es ist auch dabei die Original Anleitung und um es euch nochmal ganz genau zu zeigen der Hersteller von diesem Plattenspieler ist wirklich Dual in St. Georgen in Schwarzwald ich hinbekomme beziehungsweise das Gehäuse also den Plattenspieler kriege ich auf alle Fälle hin aber ob ich das Gehäuse das ich da bauen möchte für diesen Plattenspieler so weit hinbekomme mit meinen Heimwerker Schreiner Skills da könnt ihr selbst gespannt sein genauso wie ich ja und das jetzt zum Thema Selbstbau eines Plattenspielers Selbstbau in Anführungszeichen also ich baue ein Gehäuse baue diesen ASP 130 in dieses Gehäuse ein und dann hoffe ich haben wir wieder einen wunderschönen Plattenspieler hier bei mir im Bastelkeller stehen der nächste Step ist jetzt eben das Gehäuse bauen und da seid auch wieder mal mit dabei da nehme ich euch wieder mit und vielleicht auch in eine andere Werkstatt zu meinem Schwager weil der hat Holzwerkstatt zu Hause mit allem was man so braucht um so ein Gehäuse zu bauen ich wünsche euch wieder mal eine schöne Zeit bleibt gesund wir sehen uns bald wieder spätestens am nächsten Mittwoch und ansonsten tschüss euch